Hallo und herzlich willkommen bei Modellbahnunion. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Produktpräsentation in H0. Heute reisen wir wieder weit in die Vergangenheit zurück und zwar in die Geschichte der österreichischen Bundesbahn. Wir sind bei der Firma Lilliput. Diese haben eine sehr schöne Dampflok auf die Gleise gestellt, nämlich die Baureihe 378 oder auch bekannt als Baureihe 93. Dieses wunderschöne Modell hier in 1 zu 87 werden wir uns heute im Video genauer anschauen. Vorweg der Fahrplan für unser Video heute. Die Informationen zum Vorbild damit beginnen wir. Dann schauen wir uns natürlich das Modell hier ganz genau an. Schauen, wie kommt das Modell zu uns. Schauen uns auch die Fahreigenschaften an, denn wir haben hier ein analoges Modell, was aber durch uns bereits digitalisiert wurde. Das heißt, wir können uns die Fahreigenschaften anschauen, draußen in der freien Wildbahn. Und zum Schluss dann natürlich das Schlusswort, da wo es hingehört und die Artikelnummern. Der Fahrplan steht, steigen wir ein, los geht's, viel Spaß. Angekommen beim hier, lass laufen. Angekommen beim Großmodell, unsere erste Station heute im Video. Ja, wie gesagt, wir müssen weit in der Zeit zurückreisen, nämlich zurück Mitte der 1920er Jahre. Denn da war es, dass die Nebenbahn Mitte der 1920er Jahre, um diese halt ein wenig von der Geschwindigkeit zu beschleunigen, musste nämlich die BBÖ veraltete Gattungen im Streckendienst durch zeitgemäße neue Lokomotiven mit Heißdampfantrieb dann ablösen. Die BBÖ beauftragte aus diesem Grund die Lokomotivfabrik Floridsdorf mit dem Entwurf einer Nebenbahntender-Lokomotive, die gegenüber der Baureihe 178 mehr Leistung erbringen sollte. Die zu diesem Zweck konstruierte Baureihe 378 erwies sich als außerordentlich gelungen und wurde mit 167 Maschinen eine der zahlenstärksten Baureihen der BBÖ. Die Maschinen erhielten Lenz-Ventilsteuerung und zunächst, wie bei der Baureihe 178, Vollguss-Scheibenräder. Bei späteren Lieferungen kehrte man dann aber wieder zu den bewährten Stahlguss-Speichenrädern zurück. Es gab auch Versuche mit anderen Steuerungsarten, die sich aber dann nicht bewährten und dann auch wieder ausgebaut bzw. abgeschafft wurden. Sehr vorteilhaft war die Kompatibilität vieler Baugruppen und Teile mit deren der laufachslosen Rangierlog der Baureihe 478. 1938, nach dem Einmarsch deutscher Truppen in Österreich, reihte die Deutsche Reichsbahn diese Lokomotiven dann als Reihe 93 in ihr Nummernsystem ein. Und diese Lokomotiven bekamen dann die Nummern 1301 bis 1467. Noch während des Zweiten Weltkrieges beschaffte die slowakische Staatsbahn 25 weitere Lokomotiven. 1941 bestellte die SZ dann 25 Lokomotiven dieser Baureihe in leicht verendeter Form, welche die Bezeichnung dann 431.0 erhielten, später auch bekannt als Baureihe 53. Nach dem Zweiten Weltkrieg kamen diese Lokomotiven mit derselben Bezeichnung dann zur CSD. Seit ihrer Indienststellung prägt die Baureihe 378 mit ihrer Achsfolge 1D1 das Bild der Tenderlokomotiven in Österreich entscheidend mit. Auf fast allen österreichischen Nebenstrecken waren die Loks hauptsächlich im Personenverkehr im Einsatz und daher bis zum Ende der Dampflokzeit in Österreich schier unentbehrlich. Die Deutsche Reichsbahn, wie er eben schon gehört, übertrug diese Lokomotive dann in ihr Nummernsystem mit der Bezeichnung Baureihe 93. Und diese Bezeichnung behielt sie dann auch, nachdem die ÖBB diese Loks dann wieder sozusagen zurückgenommen hat. 128 Lokomotiven wurden in den österreichischen Fahrzeugpark übernommen. 1957 bzw. 1958 wurden 72 Loks dieser Baureihe damit Gieselflachinjektoren ausgerüstet, wodurch die Leistung dann von 875 auf sage und schreibe 1000 PS gesteigert werden konnte. In Österreich und Jugoslawien blieben die 93er bzw. die 53er Lokomotiven lange unentbehrlich und gehörten jeweils zu den letzten bei den Staatsbahnen eingesetzten Dampflokomotiven. Die Lok 93-13-26, ehemals 378-26, war die letzte normalspurige Dampflok im Betriebsbestand der ÖBB. Sie wurde erst im September 1982 ausgemustert. Insgesamt sind 18 Lokomotiven erhalten geblieben. 14 Lokomotiven sind eine Museumsmaschine in mehr oder weniger gepflegtem Zustand. Leider sind davon auch einige Exemplare nicht mehr betriebsfähig. Weitere vier Lokomotiven sind als Denkmal erhalten geblieben und so ist auch heute noch diese Lokomotive erlebbar auf vielen Museumsfahrten in Österreich und ich denke mal, ist es auf jeden Fall eine Reise wert. Eine Information jetzt zum Schluss, bevor wir jetzt das große Vorbild abschließen. Die Achsfolge 1D1, wie wir ja eben gehört haben. Und was bedeutet das? Wie setzt sich das zusammen? Oder 1C1 etc. etc. Man muss sich das so vorstellen. Diese Lokomotive, ich stelle sie hier mal etwas vor mich hin. Die Lokomotiven bestehen immer aus dem Haupttriebwerk, was sich in der Mitte befindet und den kleinen Achsen, die vorweg laufen, den Vorläufern oder dann halt hier hinten den Nachlaufachsen, dann halt unter dem Führerstand oder dann halt hier unter dem Kohlebecken. Und danach ist dann halt auch die Bezeichnung genannt. Denn wir haben hier vorne eine Vorlaufachse und wir haben eine Nachlaufachse. Daher die zwei Einsen. Und das D, das kommt im Prinzip durch die vier angetriebenen Achsen hier im Haupttriebwerk. Da sagt man vier Achsen A, B, C, D. Es ist eine 1D1. Und so kann man dann sich jetzt relativ einfach vorstellen, wie so eine Lokomotive bzw. die Bezeichnung dieser Lokomotive aufgebaut ist. Wir haben hier wie gesagt die seltene, oder nicht seltene, aber doch in Österreich doch schon seltene Achsefolie 1D1. Ja Freunde, und das waren die Informationen zum großen Vorbild. Wir machen weiter in unserem Fahrplan. Wir machen weiter in unserem Fahrplan. Wir machen weiter in unserem Fahrplan. Nun angekommen hier bei unserer Lok in 1 zu 87. Schauen wir uns natürlich am Anfang erst einmal an, wie kommt die Lok zu uns. Wir haben hier unsere gewohnte Lilliput-Verpackung in dem wunderschönen Blau. Innen drin ein Kunststoffinlay, wo drin die Lok sicher verpackt ist. Man kann sie rausziehen, es ist ein Schuber und dann hat man die Lok auch relativ schnell in der Hand. Sie macht, wenn man sie das erste Mal in der Hand hat, wirklich einen sehr guten Eindruck. Metall, also sie bringt auch ordentlich Gewicht mit sich. Wir haben neben der Lok einmal das Ersatzteilblatt, was sich hier auf ein DIN A4-Blatt begrenzt, also recht übersichtlich. Und dann einmal hier ein kleines Beiblatt oder Beihäftchen kann man sagen. Das ist im Prinzip nur diese drei Seiten. Der Rest sind dann auf anderen Sprachen hier. Auf der ersten Seite auch nochmal Informationen zum großen Vorbild. Dann hier ein paar Pflegehinweise, wo wir das Modell ölen sollen, wo oder wie wir das Modell auseinanderkriegen. Hier ist die Information, wie wir hier einen Decoder einbauen können etc. etc. Radsätze kann man auch tauschen, das ist alles hier drin erklärt. Und dann haben wir noch zwei Zurüstbeutelchen, beziehungsweise ja, Zurüstbeutel kann man jetzt doch, kann man auch schon sagen, es ist Kohle. Die kann man sich dann hier hinten auf dem hinteren Teil der Lok dann oben aufkleben, damit man auch echte Kohle da hat. Wirkt sehr authentisch. Und dann haben wir halt hier noch jede Menge Bremsschlöche, die wir der Lok dann anbringen können. Das war im Prinzip dann auch das Zurüstbeutelchen. Ja, schauen wir uns das Modell etwas genauer an. Vom Gewicht her, also dass die Lok ordentlich was her macht, habe ich ja eben schon gesagt. Ansonsten von der Form ist es natürlich etwas gewöhnungsbedürftig, dass diese Lokomotive natürlich anders wie unsere Lokomotiven hier die Wasserbehälter vorne, links und rechts durchgehend hat. Aber alles in allem, finde ich doch, ist schon gelungen. Die Form ist hervorragend umgesetzt. Auch unten das Triebwerk, da wurde wirklich an alles gedacht. Der Vor- und der Nachläufer sind sehr gut umgesetzt. Vor allen Dingen haben sie auch eine große Beweglichkeit, was dann halt auch natürlich im Fahren sich positiv widerspiegelt. Die Beleuchtung vorne wie hinten, zwei Lichtspitzensignal in LED-Technik, ist auch sehr schön. Es sind vorne und hinten bereits Lilliput-Kurzkupplungen verbaut. Und wie gesagt, die Lok wird DC-Analog ausgeliefert. Wir haben dann auch diese Lokomotive für unsere Fahrten jetzt gleich auch schon digitalisiert mit einem Digital-Decoder. Es ist eigentlich relativ einfach. Man kann hier im Prinzip das Häuschen abnehmen. Hier hinten das Kohlebecken kann man abnehmen. Und dann hat man auch relativ schnell dann die 21-MTC-Decoder-Schnittstelle, an die man dann drankommt. Und dann einmal den Blindstecker hinausziehen und dann einmal den Decoder einstecken. Und schon ist man mit dem Digitalisieren dieser Lok fertig. Bevor wir zu den Stichpunkten dieser wunderschönen Lok kommen, noch eine Sache, die mir persönlich sehr schön aufgefallen ist. Und zwar haben wir ja hier diese Rohrleitungen, die links und rechts an der Lok nach vorne gehen. Und da muss ich sagen, das ist kein Kunststoff, das ist Metall. Das merkt man nämlich, weil man ist ja dazu geneigt, die Lok dann halt so anzufassen. Und dann hat man ja das Problem bei Plastik, dass man sehr schnell dann halt hier in der Mitte das Plastik einbricht. Und es sieht dann auch nicht mehr schön aus. Das ist hier nicht der Fall. Auch hier bei den Führerstandstüren die Handgriffe, an denen man sich hochziehen kann, die sind ebenfalls aus Metall. Das heißt auch, wenn man die Lok da anpackt, also da kann nichts brechen. Auch hier, wenn man die Lok hier anfasst, da bricht nichts. Das finde ich sehr gut von Lilliput. Gut, da diese Gestänge dann halt auch aus Metall zu nehmen, dass man da halt sich die Lok nicht kaputt macht. Kommen wir also nun zu den Stichpunkten dieser Lok, denn die Lok bringt sehr viel mit. Wir haben ja eben schon gehört, DC-Analog ist die Lokomotive. Wir haben hier einen Motor mit Schwungmasse verbaut, eine NEM 362er Kupplungsaufnahme mit Kurzkupplungskinematik und bereits verbauten Lilliput-Kurzkupplungen auf beiden Seiten. Wir haben auf beiden Seiten auch ein Zweilicht-Spitzenlicht mit der Fahrtrichtung wechselnd. Wir haben hier vorne in der Rauchkammer auch die Vorbereitung für einen Rauchgenerator. Wir haben hier die Betriebsnummer 378.04. Das war ein Wunsch vieler Kunden von Lilliput. Deswegen halt auch diese Lokomotive erstmalig auch in dieser Form und dieser Nummer. Wir haben hier eine Länge über Puffer von 137 Millimetern. Wir haben eine 21-polige MTC-Schnittstelle. Und wir haben hier die Epoche 2 der Bundesbahnen Österreichs. Der Antrieb hier bei unserer Baureihe 378 erfolgt auf dem Haupttriebwerk, also sprich auf den vier Achsen in der Mitte, wobei eine Achse davon mit Haftreifen ausgestattet ist. Das erhöht natürlich die Zugkraft dieser Lokomotive enorm. Und das war es auch schon hier mit unserer Lokomotive in 1 zu 87. Weiter geht es im Fahrplan. Und das war es auch schon hier mit Haftreifen. Und da sind wir auch leider auch schon am Ende unseres heutigen Videos angekommen. Es folgt natürlich das Schlusswort am Schluss meinerseits. Und ich kann nur sagen, auch wenn man eine Anlage hat, die nicht im Allgäu oder in Österreich spielt, diese Lokomotive macht auf jeder Anlage einen guten Fuß. Und mit der Baureihe 93 der Deutschen Reichsbahn kann man die Lokomotive auch wirklich überall fahren lassen. Und wer wirklich Fan dieser sehr schönen Dampflokomotive ist, dem ist es vollkommen egal, wo seine Modelleisenbahn spielt. Hauptsache die Lokomotive fährt auf der Anlage. Und ich finde, sie macht einen sehr guten Eindruck. Qualitativ nicht nur, auch die Fahreigenschaften sind hervorragend. Und die Rohre hier aus Metall, die gefallen mir sehr gut. Denn, wie gesagt, man läuft ja immer Gefahr, die Lokomotive an der Seite hochzunehmen. Und würde sich dann, wenn es aus Kunststoff wäre, die Lok irgendwann kaputt machen. Kann hier nicht passieren. Also wie gesagt, qualitativ hier wirklich eine sehr gute Arbeit. Kommen wir nun zu dem wichtigsten für euch, nämlich den Artikelnummern. Wir haben diese Lokomotive in drei unterschiedlichen Ausführungen für euch im Angebot. Alle, sei es aber vorweg schon mal gesagt, in DC-Analog. Das heißt, keine Lokomotive ist ab Werk mit Dekoder ausgestattet. Wir haben hier die heute vorgestellte 378.04. Das ist die Artikelnummer L131407. Diese Lokomotive gibt es auch in einem grauen Fotoanstrich. Das ist dann auch ebenfalls eine BBÖ 378er Maschine mit der Artikelnummer L131409. Und dann gibt es natürlich auch die Lokomotive dann bei der Deutschen Reichsbahn im Einsatz. Baureihe 93. Das ist die Artikelnummer L131406. Da alle Lokomotiven DC-Analog ausgeliefert werden von Lilliput, habt ihr bei uns aber folgenden Zusatz-Service, den wir euch anbieten. Und zwar, wenn ihr dann auf unserer Homepage www.modellbahnunion, ihr kennt den Move, oben in der Suchzeile dann die gewünschte Artikelnummer eingebt und dann die Lokomotive auswählt, habt ihr bei den drei Varianten jeweils immer die Option, einmal euch die Lok digitalisieren zu lassen. Das ist ein Haken. Und wenn ihr nicht nur einen Digital-Dekoder haben wollt, sondern halt auch die Lokomotive mit Sound ausstatten möchtet, ist das auch kein Problem. Dann einfach darunter den zweiten Haken setzen mit Sound und Digitalisieren. Dann kommt die Lok sozusagen komplett ausgestattet mit Digital-Dekoder und Sound-Dekoder, beziehungsweise Sound, dann zu euch. Und ihr könnt die Lok dann nehmen, euch auf die Anlage stellen und könnt den Klang dieser wunderschönen Lok dann genießen. Außerdem natürlich der Rauchgenerator, der ist aber dann immer bei allen Varianten separat erhältlich, auch natürlich bei uns im Shop. Keine Sorge, die ganzen Artikelnummern werden gleich auch nochmal in einer kleinen Übersicht kommen, wo ihr euch dann auch alle Lokomotiven auch nochmal mit Bild anschauen könnt. Sollten jetzt noch Fragen eurerseits offen sein zu diesem Produkt hier, keine Sorge, habt ihr folgende Möglichkeit. Einmal hier unter dem Video die Kommentarfunktion nutzen oder uns eine E-Mail schicken an info-at-modellbahnunion.com Wir werden uns in schnellstmöglich dann bei euch melden, in beiden Fällen. So rum ist es richtig und jetzt ist es auch wirklich vorbei, unser Video für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Macht es gut, allzeit gute Fahrt, bleibt gesund und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.